Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer MrWennel1974 und ja, diesen Sonntag ist nicht nur Trump vs. Clinton, sondern auch WWE No Mercy 2016. Der wieder Smackdown-only-Pay-Per-View. Ich hab auch hier den Zettel, kann mich diesmal nicht, dass passiert wie beim letzten Mal, dass man irgendwie ein Match vergisst und letzte Sekunde erinnert. Ich hab jetzt allerdings ein Problem. Weil wir haben hier in dem 2K16 nix mit No Mercy. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir haben ja das Schöne, es ist ja hier, ich hab ja hier die Golden Complete PC, hast du ja nicht gesehen, willst du gar nicht hier haben Edition. Machen wir einfach den Halloween Havoc. Ist ja jetzt im Oktober vielleicht jetzt auch nicht so unpassend. So, können wir auch, komm, machen wir noch einen Title-Kampf, machen wir noch richtig. So, dann machen wir noch mal US-Title. Quatsch, Intercontinent natürlich. So, jetzt kann der wieder loslegen. Und dann geh ich mal einfach die Matches durch. Auch das ist wieder so ein Pay-Per-View, wobei ich nicht so sicher wäre, wenn ich nicht das Network hätte, ob ich den einzeln bestellen würde. Das weiß ich nicht. Fangen wir mit den Sachen an, die ich skeptisch sehe. Und da sind ein paar Sachen dabei. Also erstmal haben wir das tolle Match. Kurt Hawkins, den, ja, den neuen, ja, Chuck Norris, ja, weiß ich nicht. Kurt Hawkins gegen irgendjemanden. Ähm, was weiß ich, was wir uns da anpacken. Vielleicht kommt doch Shelton Benjamin dann doch. Das wäre ganz putzig, aber da es ja eigentlich sein, glaube ich, sein Debüt-Match ist, äh, ja, wer weiß, was wir uns da antun. Aber, gut, das ist so ein Match, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Dann haben wir auch ein Match, wo ich, äh, nicht weiß, was ich davon halten soll. Äh, Nikki Bella gegen Carmella. Ich weiß, ich und die Bellas ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Ähm, ja, soll Carmella gewinnen. Ist mir egal, das ist so, äh, ja, das ist so same old shit. Äh, das brauchen wir irgendwie auch nicht. Weiß ich nicht, also, ähm, ja. Dann haben wir auch ein Match, wo ich sehr, sehr skeptisch bin. Randy Orton gegen Bray Wyatt. Bray Wyatt lässt man trotzdem immer noch als Pfeife gelten. Auch wenn jetzt irgendwie die Gerüchte ist, dass jetzt wohl Abbey-Game kommt. Äh, ich hoffe, die lassen Bray Wyatt mal endlich stark aussehen. Aber vielleicht brauchen sie wieder einen Randy Orton, der alles kaputt macht. Äh, ja, deswegen, vielleicht wird es auch irgendwie No-Contest. Das wird auch wieder irgendwie was ganz komisches. Also, ich erwarte von diesem Match auch wieder irgendwie nix. Und ich habe aus Sicht von Bray Wyatt tierisch Angst davor. Aber, weil, das wird schon wieder irgendwas, wo ich mir wahrscheinlich einen Kopf packe. Ja, ich glaube, so langsam so... Ach doch, ein skeptisches Ding habe ich dann doch noch. Das ist die Pre-Show. Jack Swagger gegen Baron Corbin. Äh, ich weiß nicht, was ich mit Baron Corbin mache. Aber der kriegt irgendwie nur Scheißfäden. Ähm, ja. Ist mir vorkommen, egal was wir machen. Lassen Sie den Corbin gewinnen. Kriegt Jack Swagger vielleicht mal endlich mal eine andere Rolle. Äh, 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 so diesen Zufalls-Sieg da irgendwie. Und hast du nicht gesehen? Äh, brauchen wir nicht. Ist mir egal. Sollen Sie machen. Ihr wisst ja, meine Meinung über der Pre-Show ist nicht wirklich hoch. Ja. Kommen wir zu den vier Matches, wo ich sagen würde, boah, ist jetzt nicht ganz verkehrt. Heave Slater und Rhino, die Tag-Champions gegen die Usos. Äh, ich weiß nicht, was sie mit, ähm, Heave und Rhino vorhaben. Auch da gibt es wieder Gerüchte. Split und hast du nicht gesehen, finde ich ein bisschen unsinnig. Vor allem weiß ich nicht, was sie da mit Rhino vorhaben. Äh, das macht keinen Sinn. Also die Kombination kann ruhig weiter bestehen. Und, äh, ja, aber die Usos sind ja jetzt auf ihrem Total-Power-Heal und sonstiges. Und ich bin Heal des Monats. Äh, vielleicht lässt man sie tatsächlich den Titel holen. Äh, weil im Prinzip, die sind ja jetzt so Heals, wie Gellus und Anderson das gerne sein möchten, ne? Ähm, weiß ich nicht. Also ich könnte mit, mit Slater, Rhino als Sieger leben. Ich guck mal, was sie irgendwie auf lange Sicht vorhaben. Vielleicht wollen sie doch die Usos als Champion, weil die beiden können sie auch noch ohne Titel pushen. Muss ich gucken. Also ich sag jetzt, ich rate einfach mal auf die Usos. Ist mir aber auch, wer da gewinnt, ist egal. Aber das kann ein vernünftiges Match werden. Das kriegen die schon hin. Auch wenn es wahrscheinlich eher dann Smackdown-Qualität ist, anstatt, dass es eine Pay-Per-View-Qualität ist. Aber gut. So, dann haben wir Becky Lynch gegen Alyssa Bliss. Das geht. Das kann ein gutes Match werden. Ich hoffe natürlich, dass Becky den Titel behält, weil alles andere macht irgendwie keinen Sinn, storytechnisch. Aber das kann okay werden. Wobei, äh, auch da müssen sie ein bisschen tun, dass ich sag, das ist ein Pay-Per-View-Match. Auch das hätte mir sicherlich so eine Fede hätte bei Smackdown gereicht. Aber da wir jetzt alle zwei Wochen irgendwie ein Pay-Per-View haben, muss man ja irgendwie auch die Sachen zumachen, ne? Deswegen, also ich hoffe, Becky behält den Titel, dann ist das alles okay. Und wir kriegen ein vernünftiges Match, dann bin ich damit auch zufrieden. Kommen wir zu dem Match, was wir gerade sehen. Was ich bis jetzt eigentlich vom Booking, ich würde sogar sagen, besser als den, äh, Anführungszeichen World Title, äh, sehe. Weil übrigens gegen Dolph Ziggler supergute Promos, supergute Chemie. Ich hätte nie gedacht, dass das so eine geile Fede wird. Und das kann ein richtig gutes Match werden. Ich weiß jetzt nicht, warum sie, äh, unbedingt vermisst den Titel wegnehmen sollen. Gut, klar, kurz für die Leute, dass ich das nicht wissen. Also es geht darum, Titel gegen Karriere, auch das wird immer gern wieder genommen. Und da wird also trotzdem noch spekuliert, dass trotzdem Dolph Ziggler dann die Karriere beenden muss. Ne? Mittlerweile haben ja genug, äh, Internetfans ihn zu dem gepusht, was er jetzt ist. Er ist ja jetzt nicht mehr so hier in der 25. Untercard. Aber, äh, ja, Vermisst funktioniert als Hill so gut, äh, warum willst du den unnötigen Titel wegnehmen? Vor allem dann können sie mit Dolph nochmal irgendwas machen, keine Ahnung. Vielleicht machen sie, was weiß ich nochmal, irgendwie großes Comeback. Oder vielleicht, äh, tränenreich und geh doch nicht und kannst du nicht und willst du nicht. Und, oder er verliert unglücklich, sodass sie sagen, ne, komm, so läuft das nicht. Und dann wird das, läuft die Fäde nochmal weiter. Also, ich würde mich wundern, wenn, 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 wenn Vermisst den Titel verliert. Vielleicht machen sie es auch so, dass Dolph durch Auszählen oder DQ irgendwie gewinnt und trotzdem Vermisst den Titel überhält oder irgendein Quatsch. Irgendein Blödsinn. Aber, ich, ich vermute, äh, Vermisst wird das Ding irgendwie hocken. Ja, dann haben wir AJ Styles gegen Dean Ambrose, gegen John Cena. Äh, ich bin mal gespannt, was sie mit Dean Ambrose in Zukunft vorhaben. Also erstmal macht es keinen Sinn, AJ Styles den Titel wegzunehmen. Ein vollkommener Unsinn, der soll spätestens den Titel behalten. Ähm, kann natürlich sein, dass jetzt, äh, Ambrose vollkommen, äh, wieder, äh, ich meine, der war richtig face, war der sowieso nie. Äh, dass er dann wieder irgendwie in Richtung Heel turnt und, äh, ja, und dann auch wahrscheinlich in Anführungszeichen Cena den Titel vermasselt. Und dann hast du natürlich Ambrose Cena und dann kann man vielleicht mit AJ Styles irgendwas anderes machen. Vielleicht kriegen wir dann AJ gegen Randy Orton oder sowas. Weil wir das so überwassigen, das wissen wir ja schon, wir kriegen Goldberg gegen Brock Lesnar. Ja. Du, besser als WrestleMania 20 kann es nur werden. Äh. Bin nur mal gespannt, ob die Leute dann wieder vollkommen angepisst sind. Und vielleicht, was ihr mitgekriegt habt, äh, Vince McMahon ist, äh, stinkig, was die Raw-Ratings angeht. Also, ich hoffe nicht, dass jetzt, äh, die neue Ära jetzt beendet wird. Und wir kriegen wieder die, äh, Bro-Strowman, äh, Titel-Scheiße oder sowas. Dass da wieder die Riesen irgendwie die Titel kriegen. Weil dann, äh, weiß ich, gehen die Ratings noch weiter nach unten. Weil ich glaub, das hat er, glaub ich, nicht verstanden. Ähm, das interessiert dann die Leute noch weniger. Nein, Kick-Out bei 2,99999. Ähm, ja. Wie schade. Kann, kann okay werden. Hauptsache, sie verbocken es irgendwie nicht. So, nochmal. Komm, mach fertig. Schmeiß ich ihn raus. Oh, Dolph blutet. Kann natürlich sein, dass natürlich auch wieder, äh, Marie ist natürlich ein wichtiger Faktor in dem Match wird. Die kann man jetzt hier noch nicht wählen, weil die ist in 2K16 nicht dabei. Ich weiß gar nicht, ob sie in 2K17 dabei ist. Müsst ihr doch mal gucken, wie da das Roster aussieht. Aber ich hab schon ein paar Sachen gesehen, was da auch schon wieder fehlt. Aber macht euch keine Sorgen. Wenn das genauso ist wie beim letzten Mal, dann können wir davon ausgehen, die Complete Edition gibt's dann irgendwann nächstes Jahr im März oder so für den PC. Dann werd ich mir die wiederholen. Weil das Ding hab ich hier, also die Complete Edition hab ich für 15 Euro damals geschossen. Und, äh, das Ding hat mehr Optionen als meine PS4-Version davon. Dolph gewinnt! Sensationell! Was ist denn hier passiert? Danach sah das Match doch gar nicht aus. Unglaublich. Sensationell! Menschen liegen sich in den Armen. Tränen. Blicke. Wie beim Undertaker-Streak. Oder auch nicht. Naja, aber gut, ich könnte auch damit leben, wenn sie Dolph Segler gewinnen lassen. Das ist okay. Das ist jetzt nicht, äh, das ist jetzt nicht die Gurke des Lebens. Aber, ja, das ist bis jetzt eigentlich, äh, wenn man sich den Pelper Jürgen kennt, eigentlich vielleicht die best, best gebuckte Fede. Und das eigentlich aus einer vollkommenen Überraschung. Deswegen, das können sie auch gerne noch weiterlaufen lassen. Das wär okay. So, ja. Ich bin noch ein bisschen weiter im 1970. Schreibt's mal in die Kommentare, was ihr denkt. Schreibt da noch mal in die Kommentare, wenn der Pelper Jürgen gelaufen ist. Ob ich totalen Scheiß erzähle, ob ich keine Ahnung hab und überhaupt irgendwo woanders weiß, was ich hingehöre. Und andererseits, guck mal. Ich bin ein bisschen am Experimentieren, das kann ich euch schon mal sagen. Äh, dass man vielleicht doch noch mal eine Smackdown Season macht. Aber dazu dann mal später. So, ja. Dann würde ich sagen, mit den Replays beende ich's auch. Und dann sehen wir uns bei den nächsten Videos wieder. Bis dann. Tschüss. Oder extra für die zwei Carsten Schäfer Fans, die es da gibt. Tschüss. Bis dann. Wahrscheinlich Günther Zapf lacht. Tschüss. Tschüss.